Akzeptanz bedeutet, Situationen, die man nicht oder nicht mehr ändern kann, anzunehmen. Es bringt nichts zu jammern. Es gibt Situationen, die sich einfach nicht ändern lassen. Es hilft dir, die Situation als genau das zu akzeptieren, was sie ist. Eine schlechte Phase, aber kein Dauerzustand. Vielleicht gibt es auch Vorteile durch die Situation. Konzentriere dich lieber auf diese positiven Seiten. Resiliente Menschen akzeptieren die Wirklichkeit, auch wenn sie unangenehm ist. Das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr kann dir dabei helfen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr